Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4. Ja, in der letzten Folge bin ich ja hier in diese, wie heißt das nochmal? Der Baumarkt hier. Irgendwas mit Town, ne? Hardware Town, genau. Genau, und jetzt wollte ich mit euch hier mal reingehen. Mal gucken, was mich erwartet. Ich denke, das ist eine Falle. Schnell! So. Sollte es sich... Ich wollte... Sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Das ist auf jeden Fall eine Falle. Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Jemand da? Das wird sicher lustig! Das ist eine Nachladung. Diese Nachladung. Ach ja. Stimpack, Stimpack, Stimpack. Nein, wartet. Ich brauche ja. So. Lass mein Hund in Ruhe, ihr Schweine. Boah, Leute, was ist los? Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Ihr kleinen Säue, ihr, ey. Okay. Ja. hoch scheiße gut ich habe ja gespeichert so konzentration konzentration ich bin total aus der übung was dauert da so lange? ich weiß nicht, vielleicht solltest du mal nachsehen meinst du das mach ich nicht? ich will sowieso nicht mehr rumsitzen was soll das Versteckspiel? warum schießen wir ihnen nicht in den Kopf sobald sie durch die Tür kommen? was? sicher lustig scheiße was ist los verpiss dich? was ist los? ähm ähm nein ach scheiße was ist der ey nie ja ja Um... Ach, scheiße, immer diese Nachladerei hier immer. Oh, oh, oh. Stimpeg, Stimpeg, Stimpeg. Nein, ein Winter. Na, wo bist du, Stimpeg? Komm schon, ja. Lass meinen Hund in Ruhe, ey. So, nehm ich auch mal mit. Äh, Kühlmittel, Lea, sehr gut, sehr gut. Was ist hier drin? Eine Zange. Ah, Wasser holt es nämlich auch mit. Kann ich alles gebrauchen? Sturmmaske. Ne, unwichtig. Gut, also ich merke schon, ich bin total raus, ne? Also ich muss echt mich wieder dran gewöhnen hier an allem. Also seid schön nachsichtig mit mir. Lange nicht mehr zum Ballerspiegel spielt. Ähm, vor allem kann ich jetzt auch mal aufstehen. So, das hätten wir. Wodka. Sehr gut. Jet. Tja, da war es tatsächlich ein Hinterhalt. Unglaublich. Okidoki. Mal weiter gucken. Karpelmesser. Ach, hab ich hier die zweite noch übersehen? Tatsächlich. So, die hab ich. Hier ist noch was. Mentans. Da war was dran. Dinnergabel. Ich nehm alles mit. So, hier ist nichts drin. Schön alles durchgucken. So, mein kleiner Dogmeet, ne? Haben wir es geschafft, wie beide. Was ist das? Nichts. Ah. Ok, da muss ich offensichtlich hin. Das sollte ich hinbekommen. Oh, hier ist auch noch ne schöne Kiste. Oh, Kronkorken. Patronen. Tinatella. Hm, ne, die lass ich mal drin. Sehr gut. Klebeband brauche ich, glaube ich, zur Genüge. Oh. Kronkorken. Nein. Ich wollte nichts von meinem kleinen Dogmeet leihen. Okay. Wie geht's dir, Kumpel? Ja, weiß den. Mhm. Okay. So. Da geht's runter, aber da will ich erstmal noch nicht hin. So, blaue Farbe nehmen. Blau und gelb ergibt dann theoretisch grün. Aktivieren. Grüne Farbe herstellen. Wunderbar. Das hätten wir. Dann werde ich mal kurz hier drin speichern. Man weiß ja nie. Okay. So. War ich hier schon? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Oder ich hab's übersehen. Ein Kühlschrank. Hier ist nichts drin. Da auch nicht. Ich glaube aber, hier war ich schon, ne? Hier war ich, glaube ich. Ne, doch nichts. Kronkorken. Das hab ich schon, ne? Ja. Alles klar. Dann geh ich jetzt runter. Oder was ist denn hier oben? Komme ich da ran? Oh, tatsächlich. Leere Milchflasche. Warum nicht? Hier hinten ist nichts noch. Ne. Oder ich geh erstmal hier hin. Ah. Ist hier ein Ausgang? The Fence. Stimpack. Immer willkommen. Ich werd die noch zu Genüge gebrauchen. Gut. Hier ist nichts weiter. Vielleicht hier unten noch. Oh, oh. Sehr gut. Na? Na? Dogmeat? Bist du im Weg? Ja. Du bist im Weg. Na, sag mal. Lass mich mal durch. So. Oh, oh. Nein. Ich höre jetzt hier irgendwie Musik. Ich speichere lieber nochmal. Okay. Verkäufer. Krass. Siedler. Hier ist eine sogenannte Pennertonne. Hier. Hier ist... Oh. Ja, ich was? Ich was? Alles gut, alles gut. Hier ist auch noch was. Feuerlöscher. Okay. Wo geht's jetzt hier hin? Oha. Dogmeat bleibt schön in meiner Nähe. Ja, was denn? Ja, was denn? So. Hier ist weiter nichts. So. Entsperren. Ähm. Nee. Ah, okay. Ah, super. Cool. Finde ich auch. Äh, das sieht hier aber irgendwie komisch aus. Sollte ich da rein? Sollte ich da rein? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So, dann gehe ich mal hier hoch. Okay. Mal sehen, wo ich jetzt rauskomme. Die Mittel-Männern taten erstmals 2180 ruhmreich auf den Plan als die Diamond City. Okay. Wenn du eine Mine auslöst, piep sie erst ein paar Mal, bevor sie explodiert. Wenn du schnell genug bist, kannst du sie vorher aktivieren und entschärfen. Ah, ja. Bin ich natürlich nicht. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Alles klar, ich verstehe. So. Äh, ne, ich glaube, ich gehe hier wieder rein und gehe wieder da raus, wo ich herkam. Ach so. Leute, da geht es ja noch weiter, ne? Ah. Ach so. Ja, ne, ist klar. Ich, ach. Ach doch, Miet. Mach doch nicht so einen Lärm. Komm, nehmen wir auch noch mit. Waffenwerkbank. So, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ach, hier ist ja auch noch einiges. Wie gut, dass ich wieder zurückgegangen bin. Habe ich dich schon richtig durchsucht? Na. Ja, was machst du denn da? So, wozu ich auch immer einen Brustkorb brauche? Ventilator. So, hier geht es wieder an diese. Okay. So, dann schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Kaputte Glüheln. Komme ich hier rein? Okay, hier sind Toiletten. Pümpel. Ah, ein Eimer nehme ich auch noch mit. Tja, ich glaube, die verbrannten Butchers-Magazine haben keine Funktion. Seife. Schön. Einkaufskorb. Da ist noch eine. So, so, so. Nehme ich auch noch mit hier. So, alles mitnehmen. Wow. Aha. Dogmeat? Na, bleibst du mal stehen? Dogmeat. Hallo, mein Kleiner. Hey. So. Mein Schrott. So, du nimmst jetzt alles mit. Ja. Ach so, Level Up. Ja, ich weiß. Hab ich schon gesehen. So, mein kleiner Hund. Ja, tut mir leid. Aber du kannst irgendwie mehr tragen als ich, glaube ich. So. Nehme ich noch das mit. Und das mit. Na. Na. Nicht ja gleich wieder so schwer. Aber. Komme ich da durch? Ah. Ja, gerade so. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich hier zur Toilette komme. Also hier irgendwie. Ne, anscheinend nicht. Okay. Dann gehe ich. Von da bin ich gerade gekommen, ne? Okay, ich denke, ich könnte jetzt raus. Dass ich hier alles habe. Dann gebe ich die Quest ab. Hoch. Und dann ist alles gut. Okay. Oh mein Gott, hier ist auch noch mehr. A dog meat. Ja, da guckst du, ne? Ja, mein guter. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Okay. Ach je, lad doch mal ein bisschen schneller. Ach je, lad doch mal ein bisschen schneller. Okay, 93 Meter. Wartet mal, ich bin doch bestimmt. Ja, ich bin von da gekommen. Oder? Genau. Nein, das wollte ich nicht. Okay, dann bringe ich jetzt schnell die Farbe weg. Also die Quest ab. Und dann denke ich, war es das erstmal für heute. Level 6. Haha, wie süß. Du kannst deine Gesundheit wiederherstellen, indem du ein Stimpack wahrscheinlich nimmst. So. Du hast mir bei einer sehr wichtigen Entscheidung geholfen. Danke. Ja, okay. Okay, ja, kein Problem. All diese Jahre. Ich habe nie bemerkt, wie viel sie mir bedeutet, bis sie es angesprochen hat. Ach, das ist doch der Lehrer, ne? Ah. Hey, über dich stand was in der Zeit um, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Ja, super, ne? Das ist meine Gesichtscreme. Ähm. Nachts einkaufen? Kein Problem. Diamond City Circus hat. Achso, ich dachte, ich könnte die da durch. Hm. Hm. So, ab zur Mauer. Da ist er schon, der Gute. Du bist zurück? Ja. Hast du die Farbe gefunden? Aber ja. Ja. Was, wenn ich keine grüne Farbe habe? Wäre das schlimm? Hm. Die Leute wären enttäuscht. Immerhin heißt es ja, großer grüner Wächter. Tradition und so. Aber eine neue Farbe wäre mir immer noch lieber als eine verfallene Mauer. Und? Was gefunden? Ja. War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Wie, ich kann streichen? Ah, ja. Bei der Arbeit? Hm. Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Super. Meinst du, das ist genug Farbe? Sollte für einen neuen Anstrich oder zwei reichen. Das muss erst mal genügen. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Wow, dankeschön. Abgeschlossen, die bunte Stadt. Sehr gut, sehr gut. Okay, und er streicht jetzt fleißig. Ach, ist ja, ist ja herzallerliebst. Gut. Dann... Hey, ich glaube, die Bob-Hoff-Brüder suchen nach dir. Okay, ich wollte mich jetzt gerade von meinen Zuschauern hier verabschieden, aber ist in Ordnung. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.